Hallo, wir sind die Familie Hollerbusch und es ist Weihnachten. Hallo! 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 Weihnachtskonzert! Ja! Ja! Weihnachtskonzert! Küsschen Weihnachten! Und wir haben... Ja, stimmt. Wir haben ja... Position! 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 Aufstellung! Was haben wir? Ja, wir haben... Wir haben Weihnachten. Wir haben ein Weihnachtskonzert... Ja! ...gespielt. Konzert in Pistur! Genau! Bei einem Esel. Ja! Und der Brösel ist die ganze Zeit vor dem Esel gestanden und hat für den gespielt. Und der Esel ist das Lieblingstier von Ferdinand. Von mir auch. Von dir auch. Ja, ich mag sie auch. Ich mag sie aber auch. Es ist auch mein Lieblingstier. Es ist aber... Ich habe es zuerst... Meins war es zuerst... Aber dann war es gleich mein Lieblingstier. Aber meins auch, ich bin älter als du. Nein, aber eigentlich... Nur ein bisschen. Ja, aber eigentlich ging es ja um das Kind. Es schläft noch nicht. Das Kind schläft noch nicht. Ja, und... Was jetzt? Aber die Menschen... Auch. Ah, waren auch da. Und die haben voll getanzt. Das war so cool. Die haben mit uns mitgetanzt. EUR! Musik Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.